Unser neuer Band Einführung in die Sammlung Prinzhorn ist fertig. Es ist eine kurze und trotzdem umfassende Vorstellung unserer Sammlung mit vielen Abbildungen geworden. Der ideale Begleiter beim Besuch unserer neuen Dauerausstellung. Gestaltet von der Heidelberger Agentur Kontextkommunikation ist ein schöner handlicher Band im Gelb unseres CI entstanden, mit dem Logo des Luftgängers in schwarz darauf. Im Umschlag findet sich eine durchgehende Zeitleiste vom Beginn der Sammlung um 1900 bis heute. Einleitend gibt es allgemeine Texte zur Geschichte und Aktualität der Sammlung Prinzhorn sowie zu dem Sammlungsgründer Hans Prinzhorn. Dann folgen kurze Abschnitte, in denen verschiedene Aspekte der Sammlung und des Museums anhand exemplarischer Werke vorgestellt werden. Den Abschluss bildet eine Übersicht der Ausstellungen und Konferenzen, die in der Sammlung Prinzhorn seit der Eröffnung des Museumsbaus im Jahr 2001 stattgefunden haben. Wir hoffen auf viele Leser, die den Besuch unseres Hauses mit diesem Band vertiefen wollen. Die Sammlung wird auf die Normale Aposteln in den Umgang des Ausstellungen Caiu, Sieg, dass es die Sammlung mit dem Sammlung verband ist, die sich in der Sammlung in der Sammlung verband, die sich in der Sammlung verband ist, die sich in der Sammlung verband ist.